Bauma ein sympathischer Flecken im Zürich-Oberland, mitten im Döstal zwischen Rapperswil und Winterthur. Mit der Zeit immer mehr gewachsen, zählt die Gemeinde heute knapp 5'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Auf dem Gebiet von Bauma ist auch Saarland und seit 2015 gehört nach der Fusion auch Sternenberg zu der Gemeinde. Dazu kommt noch ganz viel Aussenwachten und Weiler. Das Döstal überzeugt mit frischer Luft und es hat die Baume eine intakte Natur. Attraktive Sehenswürdigkeiten. Es gibt traditionelle Anlässe, die legendären Gouyer-Zeller-Wanderwege und viele Möglichkeiten zum Sport machen. Saarland hat einen grossen Campingplatz und das hat in jeder Jahreszeit ihren Reiz. In Bauma wird das Dorfleben noch gross geschrieben. In über 50 Vereinen kann man mitmachen. Und das ist ein das, was wir wollen. In der Handelskirche Untertitelung des ZDF, 2020 Bauma ist gut am ÖV angeschlossen und es ist kein Schlafdorf. Fast 2000 100% Stellen gibt es in der Gemeinde. Es hat eine Infrastruktur, die funktioniert. Das Bauma ist ein Alnewohl, von jung bis alt. So wie so ist das Bauma Gemütlichkeit ganz wichtig. Ein viele Restaurants laden zum Feinessen und zum Verweilen ein. Bauma hat viel Nostalgie, ist aber auch modern. Mit dem digitalen Dorfrundgang kann man historische Gebäude virtuell noch besser kennenlernen. Egal warum und mit welchem mobilen Untersatz Sie auf Bauma kommen, wir freuen uns auf Sie.